Hallo Leute, wir sind zurück mit The Walking Dead New Frontier und die vierte Episode ist rausgekommen. Telltale hat sich diesmal nicht so viel Zeit gelassen, zwischen Episode 2 und 3 lagen ja drei Monate, diesmal war es nur ein Monat. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich ein wenig Angst habe. Wenn ich mal zurückschaue, also wie gesagt, ich habe mich nicht gespoilert, das wäre reichlich doof. Das sind einfach so die Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen. Wenn ich auf die ersten Season zurückdenke, dann ist in Episode meist irgendwas ganz Schlimmes passiert, zum Beispiel jemand gestorben, damit es dann in Folge 5 noch schlimmer werden kann und dann irgendwann Ende ist. Ich vermute also, dass irgendjemand sterben wird. Wenn ich jetzt auf den folgenden Namen schaue, dicker als Wasser, das korrespondiert halt, also ich kenne den Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Ich vermute mal, dass es irgendwas mit den Familiens zu tun hat. Wer wird sterben aus meiner Sicht? Also Clementine denke ich nicht, weil Telltale hat ganz am Anfang mal auf eine Frage geantwortet, hat gesagt, Clementine wird in allen Folgen vorkommen. Was in Folge 5 passiert, das ist nochmal eine andere Sache, aber ich denke mal, sie wird nicht sterben. Weitere Möglichkeiten? Javi denke ich mal auch nicht, weil das ist der, den wir steuern. Der wird also auch jetzt nicht hier sterben. Was bleibt da noch über? Weil dieses Blut ist dicker als Wasser, bezieht sich ja letztendlich drauf, dass Familienbande am Ende doch wichtiger ist als andere Verbindungen. Und daher eine Möglichkeit wäre Kate. Wobei ich es glaube ich noch logischer fände, wenn David, also der Bruder von Javi, dann vor irgendeine schwierige Entscheidung gestellt wird und sich dann entscheiden muss zwischen seinem Bruder und seiner Frau und den Leuten von New Frontier. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass David sich am Ende hier für die Familie opfert. Ja, ob das alles so sein wird, das werden wir jetzt erst ausfüllen. Wobei, wenn ich jetzt gerade hier hinschaue, es ist schwer zu erkennen, ob das David oder Javi ist. Wenn bei Episode 5 der David noch zu sehen ist, dann heißt das, dass der nicht sterben würde. Aber okay, ich denke mal, ich habe genug gequatscht und deswegen fangen wir jetzt einfach an mit der Episode 4, dicker als Wasser. Nach einem Ladebildschirm. Untertitelung. You took my goddamn guts out. Conrad? What? Ain't got the guts to kill another man? No. You're not a man. You're nothing. Joan was in on it. We did it on her orders. I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. Maybe he'll be useful. Thank you. Thank you. I needed that. Come on, we have to hurry. Wait a second. David told us to come here. He's talking to the others now. Trust me, shit's about to fly. I knew I could count on you, brother. This is not over, Joan. I have friends here. Allies. The one. The third time. The third time. The third time. The fifth time. That's a bit. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Oh, yeah. Just holding this thing makes me feel better. You doing okay? Uh, I've been wrestling with something. Hey! Hey, man, you're Javier Garcia, right? The ball player? Can I get your autograph? If you could sign my baseball, that would be so awesome. I watch you play all the time. Sure thing, kid. Oh, man! Thank you! Ich bin ja nett, bei diesem Rückblick. Who do I make this out to? Oh, no, no, no names. Bandplayer signatures are worth way more on resale than personalised crap. Wow. Just your name is fine. Don't date it or anything. Hope you like it. Oh, yeah! I might get ten bucks for this. You gotta keep those fans happy, big star. Let's get back to baseball. Oh. Er ist kein Fan. Nur aufs Geld aus. Die Jugend von heute. Soll ich meinen Bruder glücklich machen? Nö. Okay. 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 Oh, man. Ben, mach das shit off. Ich bin ernsthaft. Du sprichst, sprichst, sprichst. Es fernosiert. Oh, wow. Sorry, David. Look, es cool, du're trying to cheer me up. No, wirklich. Ich kann nie glauben, dass du wirklich anstrikt hierherst. Wenn ich in dein Situation war? Und avoid batting cages forever. Ich treffe. Immer. Habe ich von der gelernt. Ouch. Ach komm. Anscheinend nicht. David, was ist falsch? Komm zurück! Entschuldigung, Mann. Ich versuchte es zusammen. Ich bin nicht gut mit sprechen. Was ist passiert? David? Ich verstehe nicht. Du verstehst nicht, weil du nur über dich denken. Und ich habe das Gefühl. Es hat so lange gemacht. Du hast immer auf dich schauen. Du hast versucht, mich zu helfen. Lass mich zu helfen. Du willst wirklich helfen? Alles klar. Du hast mich nach dem Rekruten, nächste Woche. Der Armee? Mein Arbeit tut. Das ist ein Rekruten. Das ist ein Rekruten. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das wäre besser für alle. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So, es wird sehr hart sein für alle. Kate. Vielleicht Willkommen von Energie von Energie an一樣. Du kannst es 양 걸�ieren, oder? Du kannst er helfen. Du musst das wissen? Ich treffe mich genau wissen… ...in mit meiner Meinung. Hm... Wir sind gut? Ja, wir sind gut. Komm schon. Lass uns hier raus. Kau dir ein Bier. Geh da rein! Ich las dich auf der Straße gehen, weißt du? Kannst du uns jetzt helfen? Ich weiß nicht, warum ich dich nicht schockiert habe. Danke, ich helfe dir. Joan macht eine große Fehler. Nein, du hast eine Fehler, wenn du sie versucht hast. Hey! Alle, einfach ein Geheimnis, okay? Ich habe nur versucht, ihnen... Und das ist dein Fehler, genau da. Du kannst nicht alle kämpfen. Entschuldigung, dass Joan nicht für Revenge ist. Sie will nur eine Ordnung. Cooperation ist der Name des Spiels. Es gibt noch einen Weg durch das. Ja, Schauprozess. Die Entscheidung steht da wohl schon fest. Das ist schlecht. Was werden wir tun? Ich habe nie vertraut bei Joan. Ich glaube, dass du mich so sagen willst. David, hey! Ich dachte, ich habe es geschlossen. All das ist mein Geheimnis. Ich sollte es sehen, aber ich habe die Ball. Big time. Ich bin gerade hier mit dir, Mann. Wir werden davon aus, zusammen. Danke. Ich mache das. Ich mache das selbeige Fehler. Du bist noch ein Geheimnis für Gabe. Es gibt noch viel zu ihm. Der Welt braucht alle Geheimnis, die es finden kann. Das ist mein Geheimnis. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert, was mir passiert. Ich bin sehr interessiert von Kate und Gabe. Sie müssen überleben, egal was. Sie müssen überleben, egal was. Ich bin sehr interessiert von heute. Wir müssen sie weg. Wir müssen sie weg. Du bist richtig. Nein, egal was wir tun, Joan hat das schon gut gemacht. Wir müssen ein Weg nach Richmond aus. Wir müssen uns herausfinden. Wir alle. Wir alle. Wir werden morgen zusammen zusammen. Und sicher. Wir können das. zusammen. Ja klar. Ja. Und zwar. Ja. Ich bin sehr interessiert von dir. Ich bin sehr interessiert von dir. Ich bin hierher von dir zu sprechen, nicht zu kämpfen. Du bist nicht ein Problem, oder? Ich möchte eine normalerweise mit uns. Ich will nicht ein Problem, wenn du uns verlassen kannst. Ich werde mich nicht unterdrücklich. Das ist eine schöne Lügengeschichte. Und du? Einzelverhörer. Das ist so typisch. Erst rein, dann raus, dann wieder rein, jetzt wollen wir wieder raus. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein, ne? Niemand ist da drin. Locked. Ich gehe nicht durch hier raus. Die Bordern kommen los? Nein. So? Hm. Ich werde nicht von diesem Fenster hochkommen. Ich könnte da drüber schlafen. Äh, nein, ich glaube nicht. Das hat sich ja gelohnt, das ansehen. Ach, nichts dabei ist hier. Na gut, schauen wir uns mal weiter... Wenn wir hier rumlaufen, irgendwas werden wir logischerweise entdecken müssen. So, was haben wir denn... Ich fange mal hier noch in dem Nebenraum an. Sicher? Ich habe einen Drehknopf. Ich habe einen Drehknopf. Anscheinend hat das schon eine Idee, die ich nicht habe. Okay, damit kämen wir vielleicht da hoch. Das heißt, ich schaue mir erst nochmal den Rest hier an. Äh... War hier in dem Raum noch was, was ich noch nicht hatte? Äh... Nein. Und hier haben wir... Okay, dann nehmen wir uns das doch mal, vielleicht. So, und... Klönk. Oh, jetzt habe ich einen Knopf, ich habe einen Hocker und ich habe ein Rohr. Und hier drüben haben wir noch einen Sessel. Kein Zeit zum Rest. Gut, dann werden wir jetzt, ich meine Vermutung, auf den Hocker und dann irgendwie mit dem Rohr versuchen, die Gitterstäbe auseinander... Achso, erstmal Breakless. Hupsi. Da passe ich doch niemals durch. Nee. Ich habe mich alle für dich schauen. Hi. Woher sie den Vater nehmen? Ich weiß noch nicht. Hilf mir aus hier. Diese Bars sind los. Hilf mir sie weg. Ich kann es nicht tun. Kannst du dir helfen? Ja. Ob das klappt, bin ich mir noch nicht so sicher. Oh, das auch. Wäre noch bestimmt direkt wieder geschnappt. Das war ein bisschen zu einfach. Finde ich zumindest. Runtertauchen können wir da auch nicht. Was ist das Geräusch? Was ist das Geräusch? Das Geräusch? Das Geräusch? Das Geräusch... Komm schon. Kate wollte nicht auf der Hause bleiben. Wo hast du mich gebracht? Elinor hat einen Ort gefunden. Sie hat mich gefunden, während sie wegzunehmen. Ist Elinor's Ort sicher? Ich weiß nicht. Es ist genug, glaube ich. Tripp ist da. Sie lassen sich nichts passieren. Wir sollten wahrscheinlich weitergehen. Ich kann nicht glauben, dass du mich gefunden hast. Ich habe überall gesehen. Oh, schönes Arbeit. Danke. Sie haben noch einen Vater. Er wird okay. Genau? Sie sind seine Menschen. Sie sind nur überrascht, nicht wahr? Sie wollen nichts für ihn. Es ist zu früh, nichts für ihn zu tun. Wir müssen uns auf dich und Kate sicher halten. Es ist nie zu früh für ihn. Ever. Ich meine damit, dass das Verhandeln nicht laufen wird und wir ihm helfen müssen. Jetzt wird das nicht mehr. Jetzt muss ich das wirklich versuchen. Ich habe nur gesagt, ich versuch's. Nicht, dass ich's schaffe. Oh. Wir haben auf dem Friedhof gelandet. Ja, noch nicht. Ja, noch nicht. Warte. Let's get in there. Äh, schlecht. Oh, das war nah. Ach was. Ja. Es war nicht so busy bevor. Was sind sie auf? Sobald die wissen, ob das wahr aus sind, wird's noch schlimmer. Komm schon. Let's get in there. Wir müssen die Tür offen lassen. Telltale präsentiert. In Zusammenarbeit mit und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Tür war offen. Wenn wir sie zumachen, dann merken die, dass jemand reingelaufen ist. Der Walking Dead in New Frontier. Der Walking Dead in New Frontier. skriendsabis�ieren, könnte dabei sein? Und danach treiben die, dass das Kellerstedter Cash gab. Es durchzufrieden muss eine Reihe oder die Afrique und irgendwie zu reporters pararver Vorher der Station. Er begging ein wenig American glaube, das auch aussieht. Ja, es würde ja auch sagen. Oh, ich bin erschossen. Ihr sollt sie. Alles klar? Vielen Dank.